Servus liebe Leute, wir sind nun in Madrid. Heute sind wir bei der... Stier? Verräter? Genau. Um 19 Uhr geht der Fight an. Sind wir dabei, oder? Wir sind immer live dabei. Wir sind überall dabei. Hauptsiege schon mitgekriegt. 16.15 Uhr heute Live-Spiel anschauen. Real Madrid gegen Villarreal. Wir sind auf dem Stadion. Und um 19 Uhr beginnt euer Stierkampf. Volles Programm. Liebe Grüße aus Madrid. Tschüss. Tschüss.